Hallo und herzlich willkommen zu meinem Beauty-Coaching. Ich habe hier die edelsten Parfums, Eau de Parfums, für Sie mitgebracht, für euch mitgebracht. Das sind die hochwertigsten Inhaltsstoffe, die schönsten Flakons von den Meistern der Parfümkunst. Also, Tova hat natürlich einen Signature-Summer-Duft gemacht. Ich sprühe ihn einmal kurz auf. Düfte muss man erleben, Düfte sind natürlich auch passend zur Handschrift. Das ist immer wieder für mich etwas, wenn ich die Augen zumache, was stelle ich mir da vor, welche selbst, eine selbstbewusste Frau, die Spaß hat am Leben, die auf beiden Füßen steht, die selbstbewusst ist, die einfach viel, viel Freude hat, hat einen frischen Kick, hat was ganz Angenehmes, was Wahrnehmbares, aber trotzdem sehr diffizil. Das Ganze, das kann eine Frau mit großem Hut sein, das kann eine Frau in einem tollen Abendkleid sein, auf jeden Fall etwas, was spannend und eine tolle, geheimnisvolle Aura einer Frau umgibt. Ein toller Duft von Tova. Als nächstes habe ich hier in der Mitte, das ist ein ganz toller Duft von Eau de Parfum. Ich sprühe das einmal kurz auf, das ist Pour Madame Lumière, das ist, wenn ich den rieche, das ist etwas, ja, das ist die Frau an der Amalfi-Küste, in einem Cabrio, in einem weißen Cabrio sind glumige, frische Noten mit dabei, das sind jung, das ist aufregend, das ist sehr edel und sehr fein. Und das sind einfach wirklich Düfte, die, wenn wir uns so rum sich drehen, das sind einfach Düfte, die wirklich Spaß bringen, die von der größten Meistern in Europa zusammengestellt werden, eine Top-Qualität zu einem sensationell tollen Preis. Wir sprechen hier von Eau de Parfums und nicht von Eau de Toilette, sondern das sind wirklich richtig tolle, schöne Düfte. Und jetzt kommen wir zu einem riesengroßen Set, das ist von Karamir Tiamo. Ich sprühe es einmal kurz auf, weil ich möchte gerne diese Bilder mitgeben, das, was einen Duft ja so aufregend und so spannend macht, weil das ist für mich immer das, das macht das Outfit komplett, das ist das, was ich zum Schluss, nach Haare, Make-up, das Styling, einen Duft aufzusprühen und hier kommt schon eine ganze Blumenwiese, etwas sehr Frisches, etwas Lebendiges, etwas Jugendliches, viel Liebe, viel Zuneigung und eine super Geschütztheit gibt dieser Duft und der ist aufregend und sehr, sehr schön. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit den tollen Parfums bei QVC. Euer Boris.